leo ist ja scheiße leo hat ein bild geschickt jetzt hat er ein bild von seiner scheiße geschickt oder was alter ich erzähle euch jetzt eine story aber die ist real ne wir haben auf dem anderen tss ein anderes spiel gespielt ist mit ihm zwei übelst das kackelo game und da hat da musste man also sachen verbessern von plus 8 auf plus 9 und dann hat 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 ein junge gesagt den leo kennt also der kenne in echt und hat der junge gesagt weil bei ihm etwas geklappt hat wenn bei mir was klappt wichs ich in tuchen sind dass ein bild von euch sende ein bild an euch und dann hat das geklappt ist ja afk gegangen und man hört sind das handy vibriert und da hat er so ein tuch reingesteckt was vollgemixt aber wie eklig muss man sein alter so ein tuch in der gruppe zu wollen wollt ihr auch so ein bild haben nein 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 sonst sind es danach zwei oder was drägenic und danach sind sonst zwei tücher weil du seit sich dann so oft angegeilt fühlst alter nein das war nur ein spaß wie er auch immer schön sagt dass es nur spaß war damit es auch keiner falsch versteht er belässt es nicht dabei er sagt immer war nur spaß er belässt es halt nicht wie ist leo jetzt echt kacken gegangen das weiß nur rasmus das weiß nur rasmus rasmus gab es ein kurzes beben ist das klug noch heile gab es ein kurzes beben so ein bumm du musst mal rasmus anstupsen ja dann stupst ihn doch an lol ich bin gerade im händen der richtige jemand muss immer anstupsen ich kann das nicht aber zu sagen dass jemand anstupst das ist geil okay gut ich hab 160 6 600 ja ja bitte oh la ich bin schon wieder wollte ich nicht beendet was wir gerne nicht fand na gut wenn du pickst darf ich echt meine meine top lane counter bannen alter dann bin ich wieder nahm bleib in mir ey abfahrt wow oder soll ich miss fortune bannen ihr macht halt auch keine das ding ist ihr macht keine calls das kotzt mich genauso an weißt du ihr regt euch über meine banns auf aber macht selber keine calls was bannst du da für ne scheiße ja keine ahnung halt scheiße so soll ich mal fiete bannen wegen ne ja su ist ja weg dann brauche ich ja keine melfight bannen oder ne melfight ist dann ja darf ich was könnte mich noch übel ficken auf top lane du bannst halt drei top laner ne ich weiß mundlos jungle ja sag mal an oder vlad komm ja dann vlad abfahrt wir sind die typischen drei schnauze bannen bei uns bei mir ja wenn ich banne sagt man ihr macht da keine calls ne so abfahrt nasus in team ranked ist echt useless glaube ich oder nasus kannst du nicht spielen ich weiß jetzt wissen wie es ist nein kein nasus ist echt so ne groß gesehen ist auf top lane zu 90% kann ich kann ich kann ich tründermär tründermär ist halt kein tank das ist das problem ne mit ehre true dot aber wenn tründermär halt einmal ins game kommt dann duz 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 ne der macht halt auto attacks des todes oder fiora ich weiß es nicht beides mit einfach beides soll ich fiora einloggen ja oder nein ja oder nein ja oder nein ich hab Angst ich habe Angst ich habe tatsächlich totally Angst so genau ich überlege gerade ich meine gut hier habe ich damage hier habe ich noch defensive werte ich glaube ich lasse das so und dann kaufe ich halt fecht als erstes und dann rüstung direkt also irgendwas tankiness auf jeden Fall Lee Sin die haben Lee Sin Instalock ne alles klar die haben Bock auf einen full damage Lee Sin wie gesagt jetzt an die Zuschauer die es kribbelhaft finden dass ich nur Darius spiele und ich auch die Aufnahme habe leider ja ich wie gesagt ich bin ne pussy und für mich ist Ranked halt so Hauptsache gewinnen so scheiß mal auf irgendwie Champion Spaß picken Hauptsache man gewinnt ne das ist so wichtig für mich weil das macht eigentlich jeder das Ding ist wenn du dann einmal im Ranked irgendwie so ein Spaßpicks machst dann 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 verlierst du halt einfach weil das Spaßpick ist einfach weil du den Chapman nicht so gut beherrschst Leute etc und dann verliert man halt und deswegen ich bin wieder da im Normal ist ja was anderes im Normal im Normal spiele ich ja Udi Fiora etc spiele ich ja alle so was ja Leo und Dings sind halt Rasmus auch nicht da Rasmus anstupsen so ey der hat das dieses Boss dieses Boss Bild ne mit dem Bart alter ist ja shit keine Ahnung Pick ADC MF Pick MF MF Was ist was ist was ist Warum ist das hier gemutet Nice Komm Miss Fortune ist stark oder nicht Miss Fortune ist doch voll nice Welche Pornografische Darstellung Ich bin ja kurz gemutet Pornografische Darstellung Ich finde es aber so lustig dass Leo einfach von gestern auf heute entscheidet Oh ich fahre zu Rasmus Alles klar Alles klar Oh Renekton stimmt das wäre noch ein Hardcounter aber ist egal gegen Renekton gegen Renekton spiele ich einfach safe da ist nicht das Problem Renekton ist der größte Lappen im Late Game Im Late Game aber im Early macht er mich übel platt das ist das Problem Ja deshalb wir nur im Early Game gut wie die sind das heißt ihr Team fällt ab im Late Game Na bis jetzt Meine Videos und Early Game haben gerade ein bisschen mit mir ist es Late Game Oh fucking Corki Twundle und Corki Eieiei Ich wette die picken jetzt Z Ey Rasmus oder Anivia Z picken komm Wer geht wohin soll ich bitte gehen Ja machen Pickt mal Z einer von euch weil wenn 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 Dings schon callt dass die Z picken dann einer auf den Ich hab so ein Gefühl weil die haben sehr viel Adi und doppelt AP Botlane AP Botlane naja stimmt Korki macht ja magischen Schaden auch Korkis Passive weißt du nicht oder Ne ich kenn Korki kaum Die alte Passive war so du machst ein Outfit hast 10% des Adis als True Damage gemacht jetzt ist es so du kriegst ungefähr 90% davon deines Adis als magischen Schaden nochmal extra drauf extra nochmal lol wow oh lol Timo Toplane oh das wird super eklig boah es wird super eklig das wird super eklig alter er ist halt super eklig ne Digger lol Eveline wow Eveline hat halt die Gangs des Todes ähm jetzt ist ne Ekomitte Le Blaue Mitte alles klar ich hab ne Blaue Kalle was du kannst easy weghauen naja was heißt easy ich nicht also ich komm nicht an sie ran ich kann sie nicht ich komm nicht an sie ran sie kitet mich halt des Todes also wenn ich falls es im Team halt dazu kommt dass ich gegen sie kämpfen muss so irgendwie aber pfff wir haben nur einen Tank ja ne zwei lol ich geh full tank was willst du was willst du was willst du Zweite Blitzcrank ok gut geil Leo bitte Gebirgspanzer Invade danke achso ja klar ok Upsa ich hab Upsa ich hab Upsa guten Tag liebe Freunde willkommen jetzt ingame hallo hallo Mutti was spielen wir haben für ein Spiel ich bin im Fernsehen der Legende heißt das oder? mhm es ist ein Trundle Leo ist wieder auf K ah lol ja dann go jetzt hab ich aber kein ehgeskillt ne jetzt hab ich ne Kuggeskillt jetzt hab ich ne Kuggeskillt ich hab auch ne Kuggeskillt ich hab auch ne Kuggeskillt ja ich wusste jetzt nicht dass hier in Welten war Leo noch da stand deswegen dachte ich ja ich bin noch da ja ein bisschen spät aber egal also geh mir aus dem Weg aber Mumu hast du Kugges ah ne du skillzst ja noch nicht aber wenn dann Kug ne ich bin keine Kug einer auf dem ja hey oder was? haben die uns schon gesehen? hallo lol lol mein Tricut das gibt man wirklich wo der das war was? wo? da eins hinstellen hallo hallo er hat halt das Tricut komplett verkackt ey das ist ein Koki Leo Koki ja den nicht hucken wo flischt der hin? jetzt sind wir nicht nice oh lol nice ja ich brauch richtig harten Pullen boah das war gut scheiß die waren dann ey ich tp Toplane Abfahrt alter ich brauch richtig harten alter ihr habt so harten Pullen wie ihr solltet nie in eurem Leben gepult haben ja moin ja hey sei leise hehehe Kevin ne das heißt Marvin schreib meiner das heißt Marvin jetzt 2016 danke hast du Lost Mine? ja klar ich hab mal Erfahrung bekommen ach nicht du Erfahrung von Kill hast du bekommen? eh ja ich hab drauf ein Kill Fahrer vom Kill jetzt grade wirst du uhr bisschen was gekriegt oh nein das ist so eine Poker ne K-K-K-K-K-K lol das war echt nice grade das war gut mit dem Flash Predict Hook So, das war übel gut. Deswegen hab ich gesagt, nicht hoch. Ja, ja, klar, nee, das war voll nice. Das war ziemlich eine sexy Aktion auf jeden Fall. Ja, und das ist egal, aber guck mal, dann habt ihr Flash rausgebatet, so. Und dann hat er zurück und... Ich hasse das hier, Mann. Ja, mal Flash und... Was machst du im Juggle, Alter? Ich komm einfach nicht durch, ich weiß nicht was. Komm, abo. Ich hatte keine W. Achso. Der hat doch eher noch mit dem Stun-Ding dann gefallen. Oh, dann gut, der hat doch Potzeit begonnen. Jo, jetzt, jetzt, guck, der wär tot gewesen. Äh, ich hab fünf Sekunden Cooldown. Nein, ich... Ich hab's gesehen auf dem Tab. Du schweißt. Wenn's schon so losgeht, nee, ich weiß, dass ich dieses Gamefeed-Dip. Nee, schon im Juggle sterbe. Ja, dann mach doch Save, dann mach doch Save nur, dann gehen wir einfach Farben. Einfach Farben gehen, Ende. Nee, ich... Okay. Ey, mehr süß. Alter, das war... Das war nice. Nein, die Dicken... Oh Gott, ich hasse mich. Ich hab den Dick nicht bekommen. Erste Candy Minion verpasst, Alter. Ich hasse das, wenn ich das erste direkt verpasse, ey. Gute Arbeit. Guten Job. Botlin feed it. Botlin feed it. Kann halt echt nicht sein, dass es... Ey, kannst du mir beim Blüberfell finden, Horst? Das ist ja gar nicht witzig, ja, Mann. Hey, natürlich ist das witzig, Mann. Er macht... Ach, du meinst... Oh, lol. Okay, auf immer. Das hat mir wirklich geholfen. Was meinst du mit, passen? Hm, was meinst du damit, passen? Also, was ist das? Kenn ich nicht. Schmitz. Alter, ich hab meine W. Schmitz. Kann man richtig anfangen zu ganken. Wisst ihr? Wisst ihr? Erste, er macht nicht die Krabbe. Irgendwie immer auf der Witzweil. Ja, wirklich so. Das sag ich zu dir der Aufsage. Oh, oh. Ich sterbe. Leute, ich komme. Warte, warte. Echt das? Was? Das wird so ein Running Gag. Wow. Das wird echt ein Running Gag, Alter. Was? Wir haben 10 HP, wir haben 10 HP. War es das Vieh, oder was? Ja. Als ob, ey. Als ob er so verkackt, Mann. Als ob er so hart verkackt. Sehen die Gegner das? Ja, na klar. Einen auf denen, Mann. Ich bin auf Jungle. Ich sehnte es nicht, aber auf Tamm. Oh, lol. Tut das weh. Doch, die kriegen das sogar angezeigt. Nein, nein, nein. Ich geh mich vergraben, oder? Und die sehen das nur, wenn man Drake oder Baron stirbt. Nee, nee. Die sehen das alles. Nein, die sind groß. Die kriegen nur die großen. Ja. Na gut. Ich hab 1400 Gold. Ich hau da mal ab. Die übe Zunken, Leo. Ja, ein Fetch auf jeden Fall wird angefangen jetzt, wo ich schon so gut dabei bin. Und? Reicht, 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 reicht. Schuhe? Für eine Cloth Armor reicht nicht. Egal. Egal. Warum ist Smite eigentlich so OP, Mann? 400 Schaden, das ist so krank. Ja, auch vom Jungle Monster ist es auch so krass. Nee, das ist krass. Quatsch nicht. Das, ich mein's jetzt ernst. Mhm. Kann ich aber nicht eins nehmen. Smite of Jungle Monster, wow, was ist daran? Dass man so viel Schaden macht? Ja, klar, aber, aber du stirbst halt trotzdem. Ne? Du stirbst halt trotzdem zweimal im Jungle. Bisschen mittig, komm auch. Äh, das ist halt schon lustig. Egal, war ein Let's Play. Cool, cool, komm, wenn das hier ist, mal passieren wir doch. Wenn irgendjemand bei uns im Jungle ist. Ist halt wirklich so, ne? Der blitzt halt in unserem Jungle von uns weg. Leo, komm, anfangen. Hm, von wem denn? Die. Voll grüßt, ich sehe. Okay, ey, ich sehe süß. Oh, lol, huch. Wollt das auf den anderen machen? Nee. Boah, nicht mal mit Tötungs-Queue. Wäre das gewesen, wäre es noch mehr Damage. Das erzählt, alles klar. Ah, cool, der. Oh. Mach schon noch da. Erschrecken. SS. Hallo, er pumst ins Mikro, damit er abholt. Hau da ab, hau da abholt. Ey, ich lage gleich, ich lage das nicht, lol. Und jetzt war es einfach. Ey, Team Bank, Team Bank, hast du das gesehen, Deo? Ja. Einzige gute Kommunikation. SRS Toplane, ne? Passt auf. Ich heiße Marvin. Ich heiße Marvin. Das muss, kennst du Igor? Na, wo kommt man überhaupt an? Russias-Teil. Nee, ich glaub nicht. Ich hab ihm immer gespielt. Ich hab da, ich hab da mit Rasmus, äh, Cisco gespielt, als du mit ihm gespielt hattest. Na, er baut Fade, alles klar. Der Typ ist tot. Der Typ ist sowas von tot. Oh, oder was? Okay, die rennen. Nein, das kennen wir nicht. Ja. Alles klar. Ich treffe das Medium, was hinter mir steht, mit der Q. Was ist denn der so tanky? Okay. Schisch. Kannst du ihn hucken? Wow. Hättest du ihn getroffen, wäre er tot gewesen. Ich hab wohl da. Wow. Verdumt, verdumt, verdumt. Eddie, hier sind keine Worts mehr drin. Hier sind keine Worts mehr drin. Ich glaube, ich hab keine Mana mehr. Wir können das machen. Du hast wieder Mana, du bist schon 75. Hm, noch 25 Gold, warte. Na gut, das war jetzt, ich dachte halt, ah, Lee Sin, was hat der? Riesen Beck. Der hat halt den Langschwert. Der ist Level 6. Komm, blöder, komm, blöder. Pass auf, shit. Der ist halt Level 6 grad gefunden. Ich, Alter, Trundle ist krass, Mann. Ich hab mit 110 AD gerade... Leute, Vorsicht, Korki hat Raketen bekommen. Die nicht weg, die nicht wegbekommen, Alter. FedEx ist halt bei Korki angekommen. Er sustaint sich halt gegen. Hat der irgendwie sustain, der Trundle? Ja, ne? Seine Ult, oder? Passiv. Ja, seine Ult. Passiv, was macht die Passiv? Was macht die? Bei Prozent des gestorbenen, äh, also ich glaub, zum Beginn sind zwei Prozent. Das geht bis auf acht Prozent. Nein. Alles, was in seiner Nähe stirbt, kriegt er davon das Leben zurück. Alter. Ey, deswegen krieg ich ihn tot im 1 gegen 1 und generell nicht. Ja, wenn er so viele Millionen töten, dann kriegt er bis zum Leben zurück. Ey, ich töte ja keine Minions, ich geh nur auf ihn, aber irgendwie ist er trotzdem sehr... Drei-Barsch ist geworden. Okay. Der tipeet, tipeet der? Nein. Wow, ne. Ist schon top. Er hat keine Ult. Oh, lol, schon wieder. Er hat aber keine Ult. Ah, aber ich komm nicht weg. Alter, die sind geflasht, die haben alles geused, Mann. What? Leo, wir müssen warten, bis er seine Raketen raus hat. Er kommt halt schon wieder auf Top-Lane. Why, alter? Ne, ist das jetzt? Ich geh kurz worten. Ja, ich glaub, die wollen mich halt rausnehmen, so, weil ich First Blood bekommen hab und so. G, G. Gute Arbeit. 54 Farben, wie sieht's so in was aus? Können wir auch nehmen, der hat keine Ult. Ja, ja, ja. Fuck. Nice. Dieser Call war so schlecht, weil er Ult hatte. Ja, der hat der da ist. Haben wir gewartet. Na, wenn, ey, ey. Der fällt jetzt ewig. Bot-Lane, wenn ihr die jetzt baitet ein bisschen, so zum Kämpfen, dann kann ich ja tipeen. Zum Kämpfen. Jetzt holen die ein. Der liegt jetzt hier in Bord hinten. Ne, hier ist ja schon einer. Ne, ich hab da hinten hinten hingestellt. Oder den, ja. Lass die pushen. Ne, er macht halt die weh auf die, keine, okay. Lass die pushen. Muss halt jetzt übel drauf achten. Ne, ich hab grad die eh gemacht. Ich sag schon Bescheid. Ja, ja. Du pushst. Guck, jetzt keine dicke Rakete. Er kann mein TP abbrechen mit dem Pillar, ne? Scheiße. Ja, muss ich gucken, wie ich das mach. Oh, la. Ne, wenn du ihn rufen kannst, ist doch tot. Okay. Wenn sie kein Flash and King hier haben. Muss weiter aus, zur Reichweite bleiben, hier so. Ist grad irgendwann das Level ab geworden. Ich muss sein Rücken zu formen. War das Twundle oder? Wie sah es grad nur so aus? Oh, ich brauch Hilfe. Oh, oh. Aber woher, die machst du? Leute, das Rappt ab. Ne. Das war zu spät. Ah. Komm. Leo. Drei, zwei, oh, scheiße. Oh, GG, scheiße, Alter. Aber der Heal kam doch eigentlich, oder? Was muss da? Ja, ich. Was meinst du, mate? Pass mir. Halt für dich. Schisch. LOL. LOL. Du musst die Q treffen. Nice. Die, die ganze Botlane kommt mitte, ne? Na ja, lass doch. Und low. Drei, zwei, eins. Ich muss wegrennen eigentlich dann. Ich muss versuchen, ihn ein bisschen zu, ein bisschen seine Ult und so rauszubeten. Dann muss ich eigentlich abhauen, glaub ich. Alles klar. Hat gut funktioniert. Lee Sin kommt hoch. Ne, Lee Sin ist grad gestorben. Kann gar nicht sein. Mhm. Ich komm bitte. Hab ultimative Fähigkeit. Ready. Wir sind Korki rechts von uns. Der hat Pillar gleich wieder ab. Alles klar. Immer so rechts radikal. Immer nur rechts. Hier nur rechts. Ich weiß natürlich. Jetzt hab ich natürlich nicht drauf geachtet, ob er seine Ult gemacht hat oder nicht. Ich hab grad nicht drauf geachtet. Scheiße. Oh mein Gott, ich denke halt immer noch. Hm. Scheiß drauf. Das gibt's nicht. Das ist so lucky. Ah, Trundle ist halt übel. Krass, man fällt schon, Glanz hat er schon. Boah, der macht Schaden auf jeden Fall, ne? Du denkst? Der Typ. Kriegt ihr den? Oh, oh, Lee Sin. Der macht Kuh. Ah. Lord. Jetzt ein bisschen kast. Kommt voll Freefall mit die Kuh, ne? Warte denn, schnell. Was, was, was? Toplane, Toplane geht. Kippin oder so, ne? Was macht der? Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ich krieg nur 6 von, von Koki. Ah, ne, da ist er ja schon. Lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Was, frisst du immer noch das Steak, Alter? SS, SS, top. Bravo, Kartoffelchips. Was? Die gerüffelte Paprika wird so. Oder was du, Paul, das Steak zu machen? Ne, also wie gesagt, also ich bräuchte demnächst mal Hilfe auf Toplane, weil allein fighten kann ich ihn nicht. Geht nicht. Das funktioniert in keinster Weise. Ah. Ja, 120, ah ne. Trinity Forceball, Schatz, Blade. 350 True Damage. Ah, schon. Äh, Blade haben sie genurvt. Stimmt. SS, top. Also die coolen Bedürfung auf dem Schien ist ganz geil. SS, top lane, SS, top lane. Okay, wie halt weg. Äh, Leo, ich geh vor Base, bitte. Oh, ey, komm, ich bin doch gerade aus Portlane angekommen. Ja, ey. Ich kenn diesen Moment, aber ich kenn diesen Moment, Mann. Also neben euch mein Blutwinket. Ah, Lee Sin ist auch Portlane. Hm. Durch die P. Ja, schön, weil ich mein Pinkfort gemacht. Z, 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 pass auf, der Lee kommt, Lili. Ne, der Pinkfort stimmt. Oder soll ruhig kommen. Ja, ich glaub, den machst du nicht. Ne, um Fuß vor der Schule. Oh, bist du vorüberneuhen gesucht. Erstmal meinen Blutwuff. Erstmal meinen Blutwuff, Redbuff, 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 Tottie. Deswegen. Blitzkrank. Well, ey, scheißegal. Eigentlich muss ich, ich muss. Nein. Er baut halt keine Rüstung, Mann. Und trotzdem macht er mich so weg. Das ist komisch. Er nimmt deine Rüstung. Ja, klar nimmt er meine Rüstung. Aber trotz, ich mach halt trotzdem keinen Schaden. Das wundert mich so ein bisschen. Obwohl ich schon 125 AD hab. Nein, hast du nur da. Da ist, da ist, da ist abgebrochen. Ja. Geh weg. Ich hab kein MF-Player. Ich hab kein Flash mehr. Hier wird gepinkt. Warum? Warum wird hier gepinkt? Du hast mich umgebracht, aber gleichzeitig wieder auch. Hab ich dich geblockt, oder was? Was? Hab ich dich geblockt? Du hast ihn zu mir gezogen. Das hat denn der Lee schon an Sachen. AD Item and Sure. Alles klar. Das war gegen gefeuern. Und ein Autodeck hat man raus. Oh shit. SS-Top, ne? Die ganze Zeit, ne? Schon, der ist weggegangen. Aber dafür können die... Der ist base gegangen, ne? Der Lee und Paul, Ernst, Horn, nichts. Der Tower-Push in Botlane ziehen. Alles, dein Tod noch irgendwie aufgewiesen. Der hätte, glaub ich, aufhören, das mit dem F-Ultz zu casten. Ja. Einfach bloß drücken und die Hände wegnehmen. Ich bin ne ganze Weile. Ich komm mal, Z, Z, komm entgegen. Dann machst du einen auf No Hands. Komm mal entgegen, Z. Oh, lol. Du musst so deine Hände... Oh, nee, verdummt. Gorki hat seine Raketen bekommen. Gorki hat seine Raketen bekommen. Gorki hat seine Raketen bekommen. Woher weißt du das? Wo man's grad gehört hat. SS-Toplane? Wo hört man das? Im Chat. Man hört das im Chat. Das ist die beste Aussage. Er hat immer so ein Ohr an den Bildschirmen. Und dann hört er das immer. Dankeschön. Ne, man hört das doch auch, die Sirene da, oder nicht? Boah. Blitz. Egal. 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 Ich hör nichts vom Game. Alles klar. Ah, Leute, der beißt mich tot. Scheiße. Alter, der Typ. Guck dir das an, Mann. Der tut, der tut richtig weh, Alter. Der tut übelst weh. Der Lee Sin ist so schlecht, der lässt sich von jeder Kuchen betreffen. Oha. Oh, das ist krank. Ey, komm, lass mal den Lee Sin recken. Kann mal, wie gesagt, können wir gleich mal ein Gang of Toplane bekommen hier. Oh Gott, oh Gott. Ich TP, Leute. Gebt mal rein, geht 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 mal rein. Ja, du halt, Drake machen, Southrath, oder nicht? Ja, ja, mach. Ich vertreib die. Schlitz! Oh, Leute, Leute, ich hab'n bekommen. Ah, Blutung oder was? Leute, ich hab'n wieder beim Drag mitgeholfen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oh. Oh, oh. Ui. Der Schaden war gut, Alter. Gib mir ein Farm. Oh, dankeschön. Gold Level 2. Komm, Eo, schaffst du. Na, schade. Wollen wir pushen direkt? Komm. Ah, ne, wir haben keine Minions mehr. Ah, doch, da kommen neue. Alles klar. Oh, mein Gott, ich... Na, ja, okay. Na gut. Da hat die Bubble mich im Millimeter getroffen, Alter. Ohne Scheiß. Die haben halt LeBlanc, ne, die übel wehtut. LeBlanc, LeBlanc, LeBlanc. Ähm, Zett? Der halt voll sexy gewesen, der hast du mitgekommen. Ich bin um, ich bin um. Oh, komm mal. Ich kill ihn jetzt. Nein, oh, lol. Das war halt nicht Rörf, oder? Äh, Rasmus, wo bist du? Achso. Lol, alles klar, ihr habt ihn. Nice. Doch. War, war wirf. Echt? Ich hab nämlich einen Shutdown bekommen. Achso. Ah, die reißen Midlane ein. Ah, lauf, Darius, lauf. Ja, komm, wir reißen Toplane ein. Ja, dann, ich geh mit, weil ich versuchte. Also, ich geh einfach mal hin. Aber gut, ich glaub, der Tower fällt, oder? Ah, lauf. Schneller. Nein. Ich kriege die drei, bitte. Du hast schon die drei vor dem Blanc. Also, Tower für Tower und wir haben mehr bekommen. Brauch wir oft. Können wir das Vieh hier machen? Herald, komm, genau, komm, lass machen. Der ist eigentlich viel gut, wenn man den hat. Ich hab Angst, ich mach. Wir müssen heute jetzt groupen. Ja, ich hab aber, wir helfen. Wir können nur noch mit den groupen, dann. Äh, ich tank den dann aber jetzt, ne? Weil ihr habt kein Leben. Och. Was denn? Ach, du hast Gold gebraucht. Ja, hab ich doch gesagt, darf ich den wieder haben. Ja, du, Alter, ich kann nicht tanken. La, 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 hey. Oh, ich find's schon da. Wer nimmt das Ding? Ich, oder? Dann nehm ich das dann? Ja, nimm du. Auf welche Lane geh ich mit denn, oder Top Lane? Lolo. Äh, Lee, guck mal, was der Korki baut. Loll. So normal auf Korki. Aber keine Tech-Speed-Schuhe. Ja, ja, gut. Magic Penetration. Lee Sin war hier irgendwo. Komm. Aber die wollen immer noch Botlane pushen. Ja. Warum, dass man die Lebron kriegt? Ja, mach die krank. Oh, ist ein bisschen Gold. Ich will nicht XP. Haut auf die Minions. Da, 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 da. Schlitz. Ey, wo geht die hin? Ja, da. Oh, um die Wähler. Hardy, 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 Hardy. Top Lane, dann gehen wir runter. Soll ich weggehen? Oh, ja. Ja, wir kommen, gehen wir hier lang. Geh lang. Auf, ich bin tot. Ich hab Flash, ich hab Flash. Ah! Oh, Leblor kommt. Drauf. Ich kann nicht draufgehen. Nein. Ei, ei. Oh, Gott. Wieso kommt denn Leblor, Mann? Oh, kack. Frau, Alter. Das wird einer von euch genimmt, ne? Oh, kotzt das an, ey. Nein, nimm du ihn. Nein, nimm du ihn. Wieso kamen die denn jetzt? Oh, so traurig. Das ist so sadly gerade, Mann. Verdumt. Nein, 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 nein. Krass, muss. What the fuck? Deswegen Flash ich nie mit Darius, um wegzukommen. Einfach, weil du eh nicht wegkommst, Mann. Das ist so dumm. Doch, wenn du schlau flasht. Ja, was heißt schlau? Also, wie hätte ich anders flaschen sollen? Ich hätte den Busch flaschen können, verdumt. Das hätte vielleicht klappen können. Boah, wenn ich den Busch geflasht wäre, hätte es vielleicht funktioniert, Mann. Shit. Ich hätte einfach zurück, einfach von hier nach da flaschen. Warum hast du keinen Schlittenklass, wie gesagt? Ja, Ali. Warte. Weiter, bocher Müsli. Das Ding ist ja, Twindle tut mega weh, oh lol. Wo geht's raus? Ah. Für Stundenflass gibt's Flass. Bestimmt, das gibt's Flass. Haben die Red Buffs schon gemacht? Ja, die sind... LOL. Nein, jetzt habe ich halt kein Flash. Dankeschön. Der ADT steht ja nur, nur 1, 1, 2. LOL. Ich habe halt gekoht, Mann, sorry. Ich wollte eigentlich die Lee Sinha treffen, damit noch. LOL, der Twindle, vor, Alter, der... Fick den Twindle. Können wir den ficken? Attacke, Attacke. Können wir, der kommt über den gehen. Der kommt uns nicht entgegen, lol. Wo ist der? Doch, doch kommt der, da ist er. Achtung. Ey, der ist weit weg. Aaaaaah. Ey, wir kriegen halt echt nichts. Leute, MF-Chatt. Nee, weg da. Du hörst im Chat gerade? Leute, will ich... Ich hab's im Chat gehört. Oh, Quarki. Weg, 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 weg. Der tut verdammt weh, wenn das macht. Echt jetzt? Machen wir einen Sammage mit dich, knocken wir euch ab. Ja. Ja, Quarki mein, Junge. Warte jeden vor Quarki. Ja, klar. Ich hab den nur letzte Runde, also... Ey, hat er irgendwie... ... im letzten Solo-Cubank gespielt. Ich hab Peta-Game mit ihm hingelegt. Peta-Game? Peta-Game. Ich hab TP ab, ne? Also wenn... Oh, lol, Nami, Nami ist hier. Lil'Ball ist aber auch da, verdumt. Aber wir sind auch zu dritt hier. Alter, ja, bitte auch mit diesem verdumt. Jo, lol. Ey, hier ist ein Nami. Oh Gott, und Twundle. Uuuuh, shihi, alalalala. Äh, Mumu, das nimmt ihr was. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich hab Q. Q. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey, warum... Die kommen mich... Die kriegen immer mich. Ich lass mich halt catchen, aber... Ich weiß auch nicht, wie ich anders... Oh Gott. Oh, ich mein, hab ich Assist noch bekommen und ein bisschen Terminierung. Lol. Alles klar, mein Bait war... War... War alles mein Bait, war geplant. Ihr braucht ja nicht bedanken. Ich hab Drake. Ich brauch ja nicht bedanken. AKH, die hat Ware. Ich mach Drake alleine. Kannst du, sogar mit Level 10. Ich mach ja mal Drake alleine mit Level 1, also. Ging mit jedem Champion. Äh, ein Patch. Ja, ging früher. Mit Autotex. Ne, das ging einem Patch lang. Mit dem neuen Drake. Ging das, äh, mit jedem Champion auf Level 1. Ja. Aber du hast schon ein paar Pots gebraucht. Ah. Hä, was denn machen? Den Drake? Konntest du mit jedem Champion, egal welchen Champion konntest du... Und woran lag das? Nur mit Autotex machen. Woran lag das? Also, wenn ich Schaden gemacht habe. Hallo, ja, alles klar. Lass halt meinen ganzen Traum... Drei, vier Pots gebraucht. Ja, egal. Du bist ja, du bist ja ein Carry, neil, er steht 10, 1, alles klar. Nimm einfach so viel du willst. Der Farb steht hier offen. So. Äh, was kaufe ich jetzt? Ich stehe da 10, 1, jo, alles klar. Sie, küss, sie, küss, sie, küss. Oh, hier ist ein Liesin. Und ne Nami, alles klar. Oh, nein, ist ja die Bubble gefailt. Kannst du Proof es gehen? Wuhu! Oh. Bing, bing, auf Toplane. Jep, übelst. Vier Leute. Ey, gut, dafür bist du Gangplank. Ne. Vier Leute, Alter. Hast du Tom, oder was? Ey, komm mal drüber. Korki ist... Hast du Tom, oder was? Alter. Na. Tom ist eine Krankheit. Ich hab was gefunden. Töte es, bitte. Aber da sind noch ein paar andere, ne? Mach das weg. Mach das weg. Dankeschön. Easy. Mach, dass es aufhört. Mach das aufhört. Die sind so ulten, oder die anderen? Das ist ja so. Ich deh halt 2,6, Mann. Das ist übel bitter, ey. Boah. Unser Tank, du bist das Opfer. Der Formel. Loll! Boah. Ey, der Trundle ist so hart, Mann. Warum ist der Trundle so hart, Mann? Der hat Trundle so hart, Mann. Der hat Mookies. Ich bann halt mit... Ey, das Ding... Wobei, ich glaub, Trundle ist noch lange nicht so schlimm wie Gnar und Wladimir, Alter. Oder Mundo. Der wollt doch rankommen, was er hat. Loll. Ich hab'n bloß nachgeholfen. Ich geh, Toplane-Farm. Tschüss. Ich hab' 133 Farmen. Na, geht so, würd' ich sagen. Mumat 107, yo. Oh, alles klar. Jungler. Farm OP. Boah, ich zum Glück hab' ich nicht getroffen. Dopp-Di-Di-Schlitzereien. Schlitz, Schlitz. Das sehen Sie der nächsten Folge. Das ist richtig dumm. Das sehen Sie der nächsten Folge. Ich hab' TP. Soll ich mal... Soll ich TP'n? Das Ding ist, die... Die zwei Tode aus dem Jungle... Hab'n wir mal einen. Ich... Ich push Toplane, wenn ihr die da halten könnt, wär' super. Ich hab' erst 6 Sekunden, was wär' die jetzt ab Schluss ready. Oha. Kommen die zu mir gleich? Nee, 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 noch zu. Oh, Leo. Ich bin am Marsch. Oh, nice. Danke. Ich krieg' den Tower, krieg' ich den, ja, ne? Na, das kriegst du dann, oder? Mach' weiter mit dem Chef. Krieg' ich? Ja, Lee Sin ist dort. Aber die kommen jetzt alle hoch, oder? Ich geh' danach direkt back, oder? Ja. Alles klärchen, Bärchen. Und tschüss. Also, den kann man machen, den kann man machen, den kann man machen. Äh. Ah, verharmen, ich will verharmen, egal, ich hau' ab. Sonst töten die mich. Oh, Zed, können wir den machen? Ja, komm rauf, komm rauf, geh rauf. Lol. Egal, mach' den Pinkbot weg. Kann ich den haben? Hey, mein Pinkbot steht ja immer noch. Dankeschön. Haha, lol. Welches wo denn? Lol, das ist... Das ganze Game schon, oder was? Ja. Den kleinen, nehm ich. Ah, so den kleinen, okay, lol. Warum kann man nicht sehen, wer den Pinkbot... Oh, lol, die sind alle MF. Oh Gott, die wollen, die wollen MF bangen. Uiuiuiuiui. Du kannst draufklicken und dann muss das da irgendwie als Buff stehen oder so. Uuuuh, MF, ja. Der hat mich halt in den Wall gekickt. Geht einfach doch nicht mehr. MF wurde grad weggemuscht. Bei Wards steht das ja, das sehe ich. Trink, Warden, Bunny, Fufu. Ja, klar. Warum eigentlich? Weil ich's gar nicht. Ich glaube, ich baue Only Black Cleaver einen Full Tank, oder? Oder soll ich noch einen Adel? Ich weiß es nicht. Noch einen Adel? Nein, ich... Ich bin halt... Gesundheit. Ich bin halt schon so behind, Mann. Das ist voll kacke. So, kill ich die LeBlanc alleine? Ne, die macht dich, oder? Die nackt niemals nie. Die nackt niemals nie. Ja, dann nimm die Nami. Nami kriegst du, glaube ich. Nami kriegst du locker. Hallo, ich bin da. Oh, hey, kleiner Mann. Wie geht's dir so? Der ist... Der Flutist. Scheiße. Korki, echt. Ich benutze nur sonst was. Oh, lol. Alter. Oh, lol. Der Pillar war so nicht schlecht. Also, die Idee war gut. Aber... Wurde, er kann den Hook interrupten, Leo. Ja, das ist echt so. Habe ich auch gesehen in das Video, Alter. Das ist voll krass. Er kann einfach seine Teammates vor deinem Hook retten. Wer ist, ob der so schnell ist. Er ist echt so. So schnell ist der... Oh, lol. Wer denn? Na, na, Twundle. Twundle kann die Hooks von Britain quasi interrupten. Du kannst halt... Du kannst den Pillar auf ihn draufstellen. Auf den Verbündeten. Und dann wird er nicht mehr gehuckt. Also nicht weiter gehuckt. Ach so. Ja, weil er genug gehabt wird. Aber... Aber Yasuhl kannst du nicht machen, ne? Wenn... Wenn du als Twundle geht das? Na klar. Du musst halt bloß richtig treffen, ne? Äh, der kommt angerastet, ne? Der macht gleich eine Rumble-Ult, ne? Passt auf. Der macht eine Rumble-Ult. Oh, lol. Hilfe. Ja, wir können dir nicht helfen. Doch, könnt ihr. Ich muss Balls beweisen. Ja, gut. Okay, Balls. Ja, Hextack. Da kommt die Rumble-Ult. Hier. Ich stehe jetzt mit allen wirklichen Ultz. Und das her geht hin. Nice. Und da kommt der Wum-Ult. Oh, Bombo-Kombo. Das war jetzt sick, Alter. Das war echt nice, lol. Lol, äh, Mumu. Haha. Echte? Lol, warum hab ich aggro? Lol, die haben aufgegeben. Gut. Also, ja. Drei Team-Ranks. Drei Mal haben die Gegner surrendered. Scheinbar sind wir so gar nicht mal so schlecht. Wobei, das Game war jetzt nicht so gut für mich gerade, weil... Silber 3 von Silber 5. Behind. Silber 3. Von Silber 5 oder Silber 3? Ja. Alles klar. Haut rein bis zum nächsten Mal und tschüss. Ahoi, hoi. Bis zum nächsten Mal und tschüss.